Was ist mir mit 9? So ein bisschen mühlich, bin ich da. Ich sage, warte, und die Familie, wer kommt? Ich habe das schon halbe, drei Jahre vorhin. Aber ich denke, das ist schon die 5 Jahre, und ich denke, ja, das ist ja, das ist Pete. Es steht, das heißt, Goodbye Goose, Joe Snacks. Und es ist so, dass er wahrscheinlich sagt, dass der Snacks alles nicht gemacht hat, und er geht nur die Peacock zusammen, aber es reicht nicht. Es ist ein bisschen mühlich. Es ist komisch, es ist anders an. Es ist scheinbar, irisches Trinkli. Ich habe das fast nicht geglaubt. Seit wenn du in den Irländern sagen, Goodbye Goose. Das habe ich noch nie gehört. Natürlich ist der Typ, der sonst nicht irisch ist, sondern einfach anders. Ich sage das Papa mehr Kitze. Vielen Dank, ở mal Tyrkia. changing 원�ières überh caminiert Denn Bye Goose. ás Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und für alle die, die noch einmal in den Zug gehen dürfen, die Schnurrengeide, würde er dann noch einmal spielen. Für die, die sich interessiert, Schnurrengeide Workshops machen, mal mit mir, melden mich bitte. Das ist alles, was ich bei mir vor Möglichkeit habe. Dann haben wir vielleicht noch zwei Minuten, nicht, dass ich die ganze Zeit habe. Ja, sie sind die Video abgeschrieben. Die Sonne von der Ender-Banker, Glenn, und, ja, ihr decide. Das ist wirklich eine Chance, aber es wird los.